Also mein Name ist Irina Hagelhorn und ich habe gelernt einen Personalkoach bei der IHK. Und ja, ich habe dann gesehen auf der Internetseite, dass es das für Kinder auch gibt. Und da ich selber drei Kinder habe, die jetzt auch schon erwachsensinnig und ich habe gedacht, das würde ich gerne machen, weil ich das Ganze lieber für meine Kinder schon früh abzuholen und Kindern schon früh Möglichkeiten mit an die Hand zu geben, dass sie was für ihr Leben haben, und denen sie besser zurecht kommen. Ich glaube, da kann man sich eine ganze Menge Ärger, eine ganze Menge Aufwärmung, eine ganze Menge Ängste ersparen, wenn man schon Sachen in der Hand hat, die einen nach der Bisschen führen. Tolle Tools, die ich finde, die man super umsetzen kann. Und ich glaube, dass sie wirklich für Kinder gut anwendet. Also, dass man ihnen wirklich etwas an die Hand geben kann und mit denen sie selber arbeiten können. Ich freue mich dann ganz sehr reinzukommen und ja, ich freue mich die Leute zu sehen. Und ich freue mich auf den Tag. Also es ist schon anstrengend, das weiß ich, weil es viele Informationen sind. Aber ich komme jeden Morgen gerne und ich freue mich total, hier mitmachen zu kommen. Ich finde ihn unheimlich authentisch. Also er kommt wirklich so rüber, dass ihm die Kinder am Herzen liegen. Das finde ich sehr wichtig. Es ist überhaupt nicht aufgesetzt. Und ich empfinde ihn so, als dass er sehr viel Hintergrundwissen hat, was er dann wirklich zusammengefügt hat, um das für Kinder hell und was zu machen. Und ich finde es, ja, mir gefällt es unheimlich gut seiner Art. Man merkt, dass er gerne redet. Und er redet aber interessant. Und ich kann ihm auch wirklich gut zuhören. Und wie gesagt, ich empfinde ihn so, dass man wirklich merkt, ja, die Kinder liegen ihm am Herzen. Und es ist ein Anliegen, das möglichst in die Welt zu tragen. Und dass es bei vielen Leuten ankommt und dass viele Kinder davon profitieren können.